ja hallo zusammen vor ungefähr drei monaten habe ich ein video rausgebracht zu der firma super sapiens super sapiens bringt diese glukose tracker hier raus und um es noch mal genauer zu zeigen diese sensor die man hier in dieser packung bekommt und super sapiens gehört eigentlich zu der firma abbott und ist bekannt für seine sensoren die sich libre nennen freestyle libre und eigentlich sind diese sensoren für diabetiker gedacht und seit jahren vielleicht sogar jahrzehnten ich weiß gar nicht seit wie vielen jahren die das machen bringt abbott mit dem freestyle libre tracker raus glukose tracker für diabetiker damit sie ihren blutzuckerspiegel im blick behalten können und möglichst gesund bleiben trotz ihrer erkrankung und seit einiger zeit ich würde jetzt so sagen vielleicht so seit ein bis drei jahren wird das thema glukose tracker auch im profisport und dadurch auch in letzter zeit im amateursport und für biohacker für longevity interessierte immer interessanter so dass die firma abbott sich gedacht hat ah cool wir können dieses thema glukose tracker ausweiten auf profisportler auf halb amateure oder halb profis und auf einfach leute die dies einfach mal interessiert ihren blutzuckerspiegel zu messen die firma wird auch damit dass sie sagt hey du kannst jetzt alles tracken außer deine ernährung wir zeigen dir wie du deine ernährung trägst und ich habe wie gesagt vor drei monaten ein video dazu erstellt mit ich würde sagen einem ja einem gemischten fazit weil es mir persönlich sehr schwer gefallen ist richtige erkenntnisse daraus zu ziehen wer sich das einfach noch mal ansehen will der kann einfach auf das video noch mal klicken ich werde das noch mal verlinken wie gesagt dass erst drei monate alt und gestern kam die nachricht also am ersten märz dass abbott zwar nicht pleite ist und nicht pleite gehen wird aber dass das produkt oder der service von super sapiens eingestellt wird ich hatte schon gesehen vor ungefähr vier wochen dass ich dass die preise die ich im video kommuniziert habe schon nicht mehr stimmen es hat vorher pro monat um die 150 euro gekostet und war jetzt schon deutlich teurer ich glaube 200 euro stand zuletzt auf der webseite und gestern erhielt ich die nachricht okay super sapiens wird komplett eingestellt und wenn man die website öffnet sieht man auch keinerlei informationen mehr dort wird einfach kommuniziert hey wir haben unser produkt eingestellt alle subscriptions werden jetzt ja beendet werden zurückgenommen und du kannst ja unseren service jetzt bald nicht mehr nutzen und ich hatte noch einen von diesen sensoren den hatte ich noch hier liegen weil ich mal in so einer drei vier zwei aktion teilgenommen habe und ich wollte mir den eigentlich für den sommer aufsparen in der zeit wo ich wieder deutlich mehr sport mache und wollte da noch mal so eine neue testphase starten nun habe ich aber halt die nachricht bekommen dass sie dicht machen und wenn ich das richtig verstanden habe dann garantieren sie jetzt noch für den gesamten märz die verfügbarkeit der app so dass man jetzt noch einen monat lang alles nutzen kann und ich habe nicht so ganz verstanden ob alles noch danach funktioniert ich glaube das meiste wird eingestellt es wird einem auch empfohlen alles zu exportieren bis ende märz man kann wohl einige daten noch länger aufrufen aber wahrscheinlich wenn ich das alles richtig verstanden habe kann man seine sensoren nur noch in diesem monat benutzen und genau deshalb wollte ich einmal kurz ein video dazu machen dass alle die die noch irgendwo ein sensor liegen haben so wie ich dass sie den jetzt schnell anschließen darum gestern hier noch mal montiert diesmal hat es übrigens sehr gut funktioniert ich habe jetzt nach dem dritten versuch quasi gar nichts gemerkt bei dem sensor also jetzt habe ich mich daran gewöhnt und habe die richtige position gefunden und ich möchte auch noch mal hier kurz auf alternativen eingehen denn wenn man bei youtube sich umschaut gibt es tatsächlich viele alternativen aber viele davon sind nicht in den usa also nur in usa vertreten und das ist eigentlich sehr lustig oder sehr interessant weil die firma abbott hat super sapiens eingestellt weil sie es nicht geschafft haben die frei verfügbare lizenz in den usa und in kanada zu bekommen also bei uns in deutschland kann man den sensor sich einfach bestellen dafür muss man nicht zum arzt gehen dafür braucht man kein rezept in den usa ist es anscheinend so dass man für diesen glukose tracker erst ein rezept vom arzt braucht und das ist macht es natürlich viel komplizierter weil wenn ich jetzt einfach hingehe und sage hallo lieber arzt ich habe zwar kein diabetes aber ich möchte gerne hier ein rezept bekommen dann sagt er nein kriegst du von mir nicht und das war wohl der grund warum sie es eingestellt haben es gibt aber in den usa einige konkurrenten wie zum beispiel levels heißen die glaube ich die haben dort ein angebot und es gibt in deutschland auch ein zwei angebote die die man nutzen kann ich werde sie hier aber auch gar nicht erwähnen weil sie einfach viel zu teuer sind im vergleich zur zur konkurrenz und darum möchte ich einfach noch mal darauf hinweisen was ist die einfachste möglichkeit wenn man sich weiter tracken will und das zu einem fairen preis wie gesagt die firma abbott bietet auch oder bietet vor allem ja sein produkt diesen libre sensor für diabetiker an und dieser sensor der libre sens wurde extra für super sapiens produziert er ist eine mischung aus dem freestyle libre 2 und dem freestyle libre 3 und hat so einige funktionen davon verbunden und der freestyle libre 3 ist die neueste variante von von abbott und die ist auch noch nicht so lange auf dem markt ich würde jetzt schätzen so sechs bis zwölf monate hat noch ein paar kinderkrankheiten ist aber deutlich kleiner vor allem deutlich kleiner als als der hier der ist nur noch so eine fünf cent münze groß gefühlt manchmal sehe ich das im fitnessstudio und er hat auch diese automatische informationsweitergabe via bluetooth man muss also nicht handy liegt hier tatsächlich gerade gar nicht man muss quasi nicht sein handy nehmen und das hier immer regelmäßig dran halten wie das bei dem freestyle libre 2 noch der fall war sondern so wie bei super sapiens oder halb in dem freestyle libre 3 dass sobald oder solange eher solange eine bluetooth verbindung besteht die daten automatisch synchronisiert werden und nur wenn die bluetooth verbindung unterbrochen ist man dann die daten nachträglich hochladen muss oder wieder synchronisieren muss indem man das handy kurz an den sensor hält per nfc deck und ein sensor kostet 65 euro das heißt für einen monat bist du dann bei 130 euro und damit bist du dann ungefähr bei dem alten preis von super sapiens als sie noch mit einem normalen preis an den markt gegangen sind und damit sind sie noch deutlich günstiger als viele konkurrenten auf dem markt oder eigentlich jetzt alle konkurrenten auf dem markt die das für den privat konsumenten anbieten und ihr werdet dann nicht mehr diese coole app von super sapiens haben denn erstens funktioniert diese app nur mit genau diesem sensor damit haben sie damals schon verhindert dass man sich einfach den sensor von woanders holt und ihn dann mit der super sapiens app verbindet und die app wird hier auch in naher zukunft eingestellt es gibt aber die klassische normale app die halt alle diabetiker benutzen um ihre daten zu zu analysieren klar es gehen ein paar informationen verloren es ist nicht mehr so sieht nicht mehr so schick aus es fehlen vielleicht ein zwei funktionen aber man hat immer noch die möglichkeit sein sein glukosespiegel dauerhaft zu messen man kann genau eintragen wann habe ich was gegessen wann habe ich sport gemacht wann habe ich geschlafen also all das ist immer noch möglich zu einem ich würde sagen vor allem vor allem zu einem fairen preis weil das ist der preis den alle dafür zahlen den die haupt zielgruppe dafür zahlt und es ist nicht so ein übertriebener preis ich habe einen anbieter gesehen der will über 230 euro im monat auf dem deutschen markt haben das ist einfach wucher wenn man sich anschaut was so ein sensor für diabetiker kostet und da fangen sie dann halt an dieses longevity thema einfach auszureizen und da habe ich auch keine luste sowas dann direkt zu empfehlen darum video endet jetzt auch sehr schade dass super sapiens aufhört ich fand es gut weil der preis nicht so viel teurer war als das das originalprodukt weil sie hier einfach gesagt haben hey wir verkaufen das produkt mit einem minimalen aufpreis von zehn euro im monat an sportler und bieten dafür noch eine eine schöne app an holt euch wenn ihr das unbedingt machen wollt den freestyle libre 3 den gibt es auf der website von von abbott zu kaufen und genau viel spaß damit